Es gibt gute Neuigkeiten, weil ich so viele Musikideen in meinem Kopf habe und diese Ideen müssen jetzt einfach einmal raus, sonst verdacht es mich. Darum habe ich mich dazu entschieden, ab jetzt jeden Donnerstagabend einen Musiksnack zu veröffentlichen. Was ist ein Musiksnack? Ganz einfach. Ein kleines, knackiges Video von einem neuen Einfall von mir oder von etwas, in dem es schon gibt es neu interpretiert. Alleine oder mit anderen, traditionell oder modern, spielt absolut keine Rolle. Darum freue ich mich ab jetzt jeden Donnerstagabend Musiksnacktime. Bis dann, ich freue mich. Tschüss zusammen.